Okay, Leute, ich werde ihn reinbringen, das Licht anmachen und dann ruft ihr alle Überraschung. Wir müssen reden. Ich will dich nicht heiraten, Joey. Es tut mir leid. Überraschung. Habt ihr das gehört? Du bist gefeuert. Versteh mich nicht falsch, du bist wie ein Sohn für mich. Dad, ich bin dein Sohn. Ja. Wo ist der einzige Ort, an dem man beweisen kann, dass man ein Mann ist? Auf dem College. Wo kann man hinfahren, um all seine Sorgen zu vergessen? Vegas. Vegas. Komm schon, einen Drink. Dein Vegas ist nicht so ganz mein Vegas. Sollte es aber vielleicht. Mit mir hat man normalerweise nicht so viel Spaß. Ja, dann nehme ich. Weißt du was, ich rufe dich wegen der Annullierung an. Schreib mir doch einfach eine E-Mail. Uns bleibt immer noch Vegas. Das war mein Quarter. Ich hab ihn eingeworfen. Was deins ist, ist auch meins, Baby. Weißt du nicht mehr? Bei der Ehe geht es um Verpflichtung. Ich sperre die drei Millionen Dollar und verurteile sie zu sechs Monaten Zwangsehe. Einsprach! Wie hart kann das schon sein? Wie hart kann das schon sein? Ich weiß, wie hart er nicht ist. Ist das der Tod und scheidet? Ja! Hoppla! Nicht, wenn ich dich vorher umbringe. Wir werden keinen Sex haben, niemals. Niemals! 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 Also, das hört sich doch nach einem richtigen Ehepaar an. Hi! In meinem Wohnzimmer läuft gerade eine Party mit richtig geilen Bräuten. Alter, das ist eine Falle. Nein, sowas gibt's? Nein, sowas gibt's nicht. Ich bin fast fertig. Oh ja, das siehst du richtig. Du bist übrigens mit Abwäschen drin. Love Vegas. Lieber reich als verheiratet. Ja, genau mit dem Aroma mag ich mein Popcorn am liebsten. Danke. Ja, genau mit dem Aroma mag ich mein Popcorn.